So, heute gibt es mal ein bisschen anderes Video. Heute sitzen Yunus und ich hier nebeneinander und wir schauen uns Stellenanzeigen an. Stellenanzeigen für Programmierer. Wir haben ein paar für euch rausgesucht, ein paar richtig, richtig gute, um euch auch zu zeigen, was es da draußen für Möglichkeiten gibt, auch wenn du Quereinsteiger bist oder generell, wenn du auf der Suche bist nach guten Stellenanzeigen an, ob Programmierer überhaupt noch so gesucht werden. Aber wir haben auch die ein oder andere verrückte Stellenanzeige mitgebracht. Trotzdem, es wird kein Comedy-Video. Also zumindest haben wir das nicht geplant. Und ich würde sagen, wir schauen uns gleich die erste Stelle an. Denn Yunus, du hast uns eine richtig gute Stelle mitgebracht. Ist das so? Genau. Also ich habe mich mal ein bisschen auf Stack Overflow umgeguckt. Hier kann man immer ziemlich gut formulierte Jobs finden, weil meistens halt nur Programmierer andere Programmierer suchen. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel jetzt Deutschland eingegeben und jetzt Angular. JavaScript ist ja so die meisterbreiteste Programmiersprache und Angular eins der drei großen Frameworks. Und da bin ich relativ schnell fündig geworden. Genau. Und die Firma hier sieht eigentlich so auf den ersten Blick ziemlich gut aus. Was für eine Stelle ist das? Frontend Entwickler Angular TypeScript. Okay. Ganz genau. Also Frontend ist derjenige, der das macht, was man sieht, kann man sagen. Ja, also bei einer Internetseite jetzt nicht der Server oder sowas im Hintergrund, sondern mehr das Visuelle. Ja, immer auch ganz gut, wenn man Quereinsteiger ist übrigens. Und wenn ich jetzt hier so runtergucke, ja, dann steht hier erstmal bei was du mitbringst. Hier steht zwar Studium, aber hier steht aber auch Autodidakt ist willkommen. Ja, und das finde ich zum Beispiel erstmal ziemlich cool, dass die Firma gleich als allererstes sagt, bei uns zählt der Mensch und seine Erfahrungen und nicht dessen Noten. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Also der Trend geht auch tatsächlich in die Richtung, gerade ganz viele so ältere Firmen, die haben das immer noch nicht mitbekommen. Ja, aber man sieht hier auch wirklich bei einer sehr interessanten Stelle, weil ich finde es auch super, gerade bei dieser Stelle, dass sie noch eine Besonderheit hat. Ja, und zwar sie ist 100% remote, so wie ich das sehe. Steht ihr da deutschlandweit remote? Genau. Ja, das finde ich auch ziemlich cool, dass hier erstmal hier oben zwar irgendwie steht, wo der Firmenstandort ist, aber dann gucke ich hier halt so ein bisschen hoch und hier steht halt Digital First, ja, und dein Wohnort ist zweitrangig und das finde ich auf jeden Fall auch ziemlich innovativ. Gerade in der heutigen Zeit arbeiten ja eh die meisten von zu Hause, aber als Programmierer funktioniert das halt auch einfach extrem gut. Also wenn du jemand bist, der gerne auch mal verreist, von unterwegs arbeitet, ja, also so der Traum von ganz vielen Programmierern, die auch zu uns kommen, wenn sie Programmieren lernen wollen oder wenn du jetzt auch jemand bist, der Programmieren gestartet hat, um so ein bisschen mehr Freiheit zu haben, ja, das ist genau so eine Stelle, die zeigt, dass es wirklich möglich ist. Genau, also richtig cool auf jeden Fall, ja, allerdings gibt es auch ein paar Sachen, die bei manchen Stellen nicht so schön strukturiert sind wie bei dieser hier, ja. Hier sehe ich ja HTML5, CSS, JavaScript, das passt alles perfekt, ja, richtig gut strukturiert, aber wenn ich jetzt beispielsweise mal auf Sync nach Programmierjobs gucke, ja, da ist mir zum Beispiel hier irgendwas aufgefallen, was mich erstmal ein bisschen verstört hat. Also ihr müsst wissen, Xing ist nicht der Ort, um die bestbeschriebensten Stellenanzeigen für Programmierer zu finden. Ist das so, Yunus? Ja, bin ich erstmal gar nicht so sicher vorher gewesen, aber wenn ich jetzt hier so diesen Titel sehe, wo einfach nur steht Programmierer, ja, das ist schon mal irgendwie ziemlich komisch, weil Programmierer, ja, das kann ja alles und nix sein, ja. Ja, ich muss ja irgendwie wissen, welche Sprache, welches Profil ich habe und so weiter, ja. Genau, und dann steht hier auch gleich 2,7 Sterne bei Kununu, ja, was halt auch so ein Mitarbeiterbewertungsportal ist, ja. Gut, ja, kann sein, dass es dort irgendwie ein bisschen komisch ist, vor allem, weil es 130 Bewertungen gibt. Manchmal findet man einfach auch, sag ich jetzt mal, schlechte Bewertungen, weil halt zwei Mitarbeiter irgendwie mal geschimpft haben. Das würde ich nicht überbewerten, aber bei 130, auch mit dem, ja, das bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und dann auch, wenn ich in die Stellenbeschreibung gucke, das ist ja das eigentlich Interessante, dann steht hier, ihre Aufgaben als allererstes, Ab- und Aufbau der Geräte. Ja, was hältst du davon? Ja, also ich würde sagen, wenn sowas mal irgendwo dabei steht, irgendwann, es ist ein bisschen komisch, aber was mich hier wirklich schockiert ist, es steht ganz oben. Also deine Hauptaufgabe im Unternehmen als Programmierer in Vollzeit oder Teilzeit ist der Aufbau und der Abbau von Geräten. Ja, finde ich auch ganz schön wild, ehrlich gesagt. Gerade auch bei hausinternen Umzügen, das steht auch noch da. Es ist wirklich komisch. Also wen suchen die hier, Jonas? Ja, also hier unten steht ja irgendwie sowas wie abgeschlossenes IT-Studium oder ähnliche Qualifikationen. Ja, das heißt, die setzen voraus, hey, du solltest am besten fünf Jahre Informatik studiert haben. Aber ganz ehrlich, ich würde doch nicht fünf Jahre Informatik studieren, um dann bei Umzügen irgendwelche Computer auf- und abzubauen. Ja, das hat ja überhaupt nichts mit Informatikstudium zu tun. Ja, und dann auch hier Ansprechpartner bei IT-Fragen. Okay, das kann alles und nichts bedeuten. Und dann hier, was ja eigentlich ein Programmierer macht, das steht da nur so ganz klein unten, als vorletzten Punkt, Implementierung von Software. Ja, also das Implementierung von Software kann ja auch alles sein. Das ist auch wieder unspezifisch. Ich sehe hier keine Technologie. Ich sehe hier auch nicht, was deine Rolle ist. Also bist du jetzt ein Junior-Entwickler, bist du jetzt ein Senior, musst du ein Team leiten, eine Firma? Ja, gut, wahrscheinlich eher nicht, sage ich mal. Nein, aber ich finde auch so ein bisschen die Wertschätzung für den Beruf des Softwareentwicklers, die fehlt hier einfach. Genau. So, ja, ansonsten steht hier noch irgendwie sowas wie Konzeption und Entwicklung komplexer Applikationen für den Web- und Mobile-Bereich. Ja, also die wollen dann irgendwie doch, dass du Internetseiten machst und auch vielleicht mobile Apps, Android, iOS, was von beiden sagen sie auch nicht. Ja, und dann Einrichten von Entwicklungsumgebung finde ich ja auch irgendwie göttlich. Okay, also du kannst VS Code installieren oder was? Okay, also du musst krass programmieren können, du musst beim Umzug helfen können und du musst ein Programm installieren können. Alles klar, heftig. Ja, würde ich mich jetzt nicht bewerben. Also komische Stelle, um es zusammenzufassen, Finger weg. So, Manu, du hast aber auch noch eine Stellenausschreibung mitgebracht, ja, die ich noch gar nicht kenne. Zeig mir die doch mal. Erzähl mal, was sehen wir hier überhaupt? Jo, eine Stellenausschreibung als Softwareentwickler für Tool-Support. Ja, klingt ein bisschen mysteriös. Jetzt schauen wir mal, was dahinter steckt. Ja, das Ganze ist in Bayern, Vollzeit, Teilzeit. Und ja, hier gibt es einiges zu tun. Also es geht hier um Entwicklung und Maintenance der Tool-Chain, Entwurf, Evaluierung von Konzepten sowie Konfiguration von Software-Tools und Entwicklung von Skripten. Okay. Also ich werde nicht so ganz schlau. Ja, ich denke gerade auch, also ich bin ja hier der Programmierer und ich denke, okay, Entwicklung von Skripten, ja, verstehe ich. Aber Entwurf, Evaluierung, Konzeption sowie Konfiguration von Software-Tools, ja, das kann halt wieder alles und nichts sein. Es kann sein, dass sie eine komplette IT-Abteilung suchen, eigentlich jemanden, der alles macht, was halt eigentlich gar nicht möglich ist. Es kann aber auch sein, dass die jemanden suchen, der eigentlich nur so ein kleines Skript schreibt. Ja, das ist mir jetzt irgendwie gar nicht so ganz bewusst. Aber wenn ich hier nach unten gucke, bei ihr Profil, da habe ich schon irgendwie das Gefühl, dass sie mehr das Erste suchen und zwar eine komplette IT-Abteilung, die eigentlich sonst von 20 Leuten erfüllt wird. Ja, also was ist das, was ich hier markiert habe? Hier steht Java, C++, Python. Ja, es sind wieder mal drei Programmiersprachen und ich würde mal sagen, die meisten Programmierer können nicht drei Programmiersprachen so richtig, richtig gut. Ja, also die Sache ist, C++ ist eine Programmiersprache, die sehr, sehr anspruchsvoll ist, sehr, sehr fortgeschritten. Zusätzlich dann noch in Java, Python und dann auch in Netzwerkenntnissen wirklich fortgeschritten zu sein. Das ist wirklich was, ja, also das hat mich jetzt ehrlich gesagt auch überrascht. Aber pass auf, Yunus, was sie auch noch verlangen, sind sehr gute PC-Kenntnisse. Das ist geil, hier unten steht sehr gute PC-Kenntnisse und vor allen Dingen steht da ja so da oben Embedded Linux-Umfeld. So gute Kenntnisse, Embedded Linux-Umfeld. So, ja, also wir suchen sofort den krassen Typen, aber der soll sich auch mit Computern bitte auskennen. Das finde ich schon irgendwie ein bisschen verrückt, wenn ich das hier sehe. Gerade wenn du Java, C++ oder Python wirklich gut beherrschst und dich mit Netzwerken auskennst, dann wäre es schon ein bisschen komisch, wenn du keine Ahnung von PCs hast. Ja, das finde ich auch irgendwie ein bisschen weird alles, ja. Ansonsten hier flexible Arbeitszeitmodelle, ja, vielfältige Karrieremöglichkeiten, alles super. Aber irgendwie, ich weiß halt nicht. Ich habe wieder das Gefühl, die brauchen halt jemanden, der alles macht, ja, und können sich aber jetzt nicht 30 Leute leisten und wissen gar nicht so genau, an was der Typ jetzt überhaupt arbeiten soll oder die Frau, die hier anfängt zu arbeiten. Ja, also wenn man sich bewirbt, das ist halt eine Blackbox. Es kann halt richtig cool sein, aber es kann halt auch irgendwie nicht so cool sein. Und da ist es natürlich ein bisschen schade, dass sie nicht ganz herausgearbeitet haben, was man tatsächlich macht. Auch dieses agile Setup, ja, Mitarbeit in interdisziplinären Projektteams. Agile ist auch so ein Buzzword, sage ich mal. Man sieht das überall. Das heißt halt, dass man quasi neues Projektmanagement, ein sehr modernes Projektmanagement hat. Manche Programmierer schwören drauf. Ich finde es auch cool, aber ich habe das Gefühl, ganz viele Unternehmen schreiben sich das halt so auf die Fahnenstange, aber setzen es dann gar nicht so um. Ja, sehe ich auch so. Also, auf jeden Fall eine interessante Stelle. Ich würde sagen, wir skippen gleich mal weiter zur nächsten. Ja, was haben wir hier oben? Softwareentwickler-Webentwickler. Ja, das ist eine, sage ich mal, eine sehr anspruchsvolle Stelle auch, wenn wir jetzt weiter runtergehen. Aber auch von einem Unternehmen mit einer coolen Mentalität. Ja, deswegen lohnt sich das, die auch anzuschauen. Also, was sie wirklich suchen, sind wirklich ganz viele Kenntnisse. C-Sharp, .NET, JavaScript, HTML, CSS, klar. Für Web ist schon ziemlich viel, auch, sage ich jetzt mal, schon fast Web-Fullstack. Oder was sagst du, Yunus? Es ist auf jeden Fall Fullstack, ja, weil .NET ist ja Backend. Ja, da machst du ja wahrscheinlich hauptsächlich Backend. JavaScript ist meistens, gerade in Verbindung mit HTML, CSS, auf jeden Fall Frontend. Ja, das heißt, sie suchen schon mal einen Fullstack-Entwickler. Ja, und Fullstack-Entwickler sind eh schon mal schwer zu finden, weiß ich aus eigener Erfahrung, weißt du auch. Und besonders krass ist dann halt auch, wenn du einen Fullstack-Entwickler suchst, der halt zwei ganz spezifische Programmiersprachen kann. JavaScript kann eh fast jeder, ja, weil es einfach die meisterbreiteste Programmiersprache ist. .NET ist allerdings schon ein bisschen seltener, ja, würde ich mal sagen. Ja, die Kombination ist wahrscheinlich sehr, sehr selten. Also, wenn du dich hier drauf bewerben kannst bei solchen Stellen, kannst du dann viel Geld verlangen, ja, weil es wahrscheinlich nicht so viele Bewerber gibt, die wirklich hier alles mitbringen. Was ich auch hier wirklich interessant finde, ist vor allem auch der erste Satz bei ihr Profil und was sie mitbringen, ja. Und zwar, du kannst ein Studium haben oder eine vergleichbare Ausbildung oder Besuchserfahrung oder sie überzeugen uns anderweitig von ihrem Können. Das finde ich richtig stark. Also, als wir diese Stellenanzeigen rausgesucht haben, haben wir so viele Stellen gesehen, wo jetzt immer mehr auch diese Einschränkung, wir suchen jemand mit Studium, bestimmte Ausbildung, geöffnet wurde, ja. Ja, und das ist wieder ein gutes Beispiel dafür. Ja, selbst bei so anspruchsvollen Stellen, sage ich jetzt mal hier in Richtung Fullstack, Datenbanken muss man auch noch können, habe ich gesehen. Selbst da sagen die, überzeugen sie uns einfach, dass sie es können, dann haben sie eine Chance. Das finde ich cool. Auf jeden Fall. Und auch sonst, was hier unten steht, klingt aber echt alles richtig gut, ja, was wir ihnen bieten. Ja, da sieht man halt auch, dass die Firma auf jeden Fall sich um ihre Mitarbeiter kümmert, ja. Also, erst mal Top Team, ja, das ist einfach Grundvoraussetzung, aber auch hier Homeoffice, Barbecue, Lounge-Bereich. Also, das Barbecue würde mich überzeugen. Auf jeden Fall. Und dann hier Menge Spaß bei der Arbeit, ja, moderne Arbeitsmethoden, Raum für eigene Ideen. Das sind halt einfach, da erkennt man halt einfach, was die, ja, Spreu vom Weizen trennt. Allerdings eine Sache, wo ich irgendwie ein bisschen übertrieben finde, was halt jede Firma immer reinschreibt, ich habe es schon tausendmal gesehen, ist Wasser und Koffein-Flatrate und frisches Obst. Wow, es gibt Wasser. Geil. Also, ja, ich glaube, das haben fast alle Firmen inzwischen. Also, ja, ich würde auch Mitarbeiter niemals für Kaffee und schon gar nicht für Wasser zahlen lassen. Ja, das ist einfach selbstverständlich. Ja, das ist mehr so bei alten großen Firmen, da gibt es dann diese Kaffeeautomaten, wo dann abgerechnet wird. Und im Prinzip finde ich das ziemlich kleinlich. Also, ein gutes IT-Unternehmen sollte meiner Überzeugung nach kostenlosen Kaffee anbieten. Auf jeden Fall. So, dann suche ich mal wieder eine Stelle raus, ja, auf Sing. Und zwar steht hier einfach als Titel Programmierer, alle Geschlechter. Vielleicht ein bisschen unspezifisch, was die jetzt genau suchen, das hatten wir eben schon mal. Man hätte es genauer beschreiben können. Genau, also Programmierer kann halt wieder alles und nix sein, ja. Ja, und wenn wir jetzt hier unten gucken, ja, dann ist es auch ein bisschen schwer, hier aus diesem Text rauszulesen, was die denn genau suchen. Hui, das wird schwierig. Okay. Also, ich weiß nicht, ob es dir auffällt, aber ich habe gleich schon gesehen, es gibt nicht einen Punkt, oder? Also, ich sehe generell, sehe ich hier sehr, sehr wenig Satzzeichen. Also, die haben es dir auf jeden Fall nicht leicht gemacht, als Bewerber hier rauszufinden, worum es geht. Aber schauen wir mal auch in den Inhalt. Außerdem sind hier Anführungszeichen gleich am Anfang und gleich am Ende, was ich auch schon mal ein bisschen komisch finde und sonst halt gar kein Punkt und Komma. Und der Satz, ja, es macht Sinn, aber der ganze Satz lässt sich halt so überhaupt nicht lesen, ja, wenn man ihn einfach mal komplett durchliest. Also, hier steht Weiterentwicklung einer Datenerfassungs-Daten-Auswertungssoftware zum Einsatz am Turbolader-Prüfstand. Also, weiß ich schon mal gar nicht genau, was das ist, aber ich muss wohl irgendwie eine Datenerfassungssoftware weiterentwickeln. Also, wahrscheinlich sind das irgendwie so Stichpunkte, die Sie einfach in den Paragraphen reingenommen haben. Kann sein, dass es an so einer Schnittstelle liegt, ja, mit der Sie die Stelle nach Xing geschickt haben, ja, von einem anderen System. Aber trotzdem, das hilft mir jetzt trotzdem nicht, dann können Sie es auch gleich lassen, ja. Also, wenn man sowas abgibt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da ein passender Bewerber bewirbt. Ja, ich finde es auch ziemlich komisch, ja. Und dann hier Prüfstand, Nachweis der Funktionalität mithilfe von Testdaten, Betreuung der Prüfstandsteuerung, ja. Also, ich weiß gar nicht genau, was die wollen, aber sie wollen auf jeden Fall jemanden, der ein technisches Studium, das heißt Informatik, Maschinenbau oder ähnliches abgeschlossen hat, LabVIEW, noch nie gehört. Ja, das ist wahrscheinlich eher so eine Maschinenbauer-Kiste. Ich weiß es nicht, also, wenn jemand weiß, was das ist, gerne mal kommentieren. Und ansonsten, ja, irgendwelche Standalone-Anwendungen und dann ganz wichtig, ja, du musst unbedingt MS Office können, ja. Excel und PowerPoint. Genau, also, wir suchen jemanden, der hat ungefähr, der muss den nächsten Mars-Rover bauen und er sollte auch außerdem Microsoft Office kennen. Okay, alles klar. So, und dann habe ich hier auch noch eine gefunden, ja, da ist wieder der Titel ziemlich interessant, ja. Hier steht Webdesigner-Webdeveloper. Also, quasi zwei Jobs in einer Person. Ja, genau, also, für die, die es nicht wissen, ja, Webdesigner ist halt komplett was anderes als Webdeveloper, ja. Das ist so, wie wenn ich jemanden suche, ja, ich suche einen Käpt'n für ein Boot und für ein Flugzeug, ja. Das ist so. Ja, also, wenn du weißt, was der Unterschied ist, dann schreib es in die Kommentare, weil der Unterschied ist ziemlich groß. Auf jeden Fall, ja, es ist echt, also, man kann beides lernen natürlich, aber die Schnitt, wie sagt man das, Schnittfläche? Ja, genau, die Überschneidung, sagt man. Genau, ja, die ist halt einfach nicht so groß. Schnittmenge, das ist das Wort, was mir gefehlt hat, ja. Die Schnittmenge ist einfach nicht so groß zwischen diesen beiden Jobs, ja. Ja, und auch sonst die Aufgaben hier, was hältst du denn von den Aufgaben, was hier so steht? Generell sage ich mal, du machst zwei Jobs auf einmal und musst 110 Prozent Leistung und Zufriedenheit erbringen. Ja, also, das ist natürlich ein bisschen anspruchsvoll. Und ja, grafische Konzeption, ja, also, es klingt fast schon ein bisschen mehr nach Design, ja. Aber schreiben Sie auch, erstellen von einfachen bis komplexen Websites. Ja. Ist normal, anbindungbaren Wirtschaftssysteme, SEO oder SEA, sticht mich ins Auge. Ja, genau, also, das ist ja Online-Marketing quasi, ja, dass du halt erstmal dafür sorgst, SEO ist, dass die Internetseite gut bei Google zu finden ist, ja. Und SEA ist halt bezahlte Werbung, ja. Also, sie suchen eigentlich quasi vier Leute, ja, sie suchen jemanden, der richtig guter Designer ist, sie suchen jemanden, der Webprogrammierer ist, sie suchen jemanden, der mit bezahlter Werbung umgehen kann und jemanden, der mit, ja, Suchmaschinenwerbung richtig gut ist. Bisschen komisch, also irgendwie. Ja, und vor allen Dingen, wenn ich hier runtergucke, ja, das ist noch geiler, ja. Hier, gute Kenntnisse mit HTML, JavaScript, CSS, PHP, SQL, MySQL, MariaDB, PHP-Programmierung, ja. Also, die suchen auch noch einen Folie-Stake-Entwickler dazu, wenn ich das hier so sehe, ja. Das ist halt nicht ein Job, das ist eine ganze IT-Abteilung eigentlich, ja. Die suchen Online-Marketing, die suchen Webdesigner, die suchen SEO-Manager, SEA-Manager, Frontend-Entwickler, Backend-Entwickler, jemand, der die Datenbank einrichtet. Das ist keine IT-Abteilung, das ist einfach eine Firma, die sich hier suchen, ja. Ja, genau, also wir suchen einfach jemanden. Sehr spannend. Genau. Wäre sehr interessant, ob die hier auch dazu schreiben, wie viel Geld sie bereit sind, für diese Stelle zu bezahlen. Schreiben sie natürlich nicht dazu, aber sie schreiben natürlich wieder den Standardspruch Getränke, verschiedene Kaffee-Variationen, uh, und Obst gibt es kostenlos, wow. Und ein angenehmes Arbeitsklima, immerhin. Genau, ja, also auf jeden Fall auch ein bisschen wild, ja, und dann steht hier Search for Fachinformatiker, ja. Also wenn du Fachinformatiker bist, dann erfüllst du wahrscheinlich, außer du hast dir selbst sehr, sehr viel beigebracht, nicht alles, was hier drin steht. Also ich glaube wirklich, dass es halt einfach zwei oder drei Stellen sind, die sie in eine gepackt haben. Also vielleicht auch absichtlich, aber macht halt nicht so viel Sinn. Denn, also die meisten Leute, die hätten halt nicht Lust, sich auf sowas zu bewerben, weil es ist einfach keine Fachkraft hier in einem bestimmten Bereich gesucht. Entweder du bist halt richtig guter Programmierer oder du bist richtig guter Designer. Vielleicht kannst du auch zwei Sachen, aber wenn du dann noch zusätzlich richtig gut Marketing kannst, dann glaube ich, bist du halt einfach nicht zusätzlich alles zusammen. Das geht nicht. Ja, sehe ich ganz genau so. Ja, ich glaube, das war ein ganz gutes Schluss zum Abschluss. Ja, oh, mein Deutsch ist eh schon komplett kaputt. Ist, glaube ich, umso besser, wenn wir jetzt aufhören. Also auf jeden Fall, man sieht es hier, man muss bei Stellenanzeigen halt wirklich aufpassen. Es gibt richtig gute, auch von geilen Firmen, die genau wissen, was sie suchen und wofür man halt ganz klar lernen kann. Aber es gibt halt auch viele Firmen, die wissen einfach gar nicht, was sie so genau wollen. Genau. Es gibt auf jeden Fall auch verschiedene Plattformen, auf denen ihr suchen könnt, ja. Ja, also als wir jetzt geschaut haben heute, haben wir gesehen, dass auf Xing ganz viele Stellenausschreibungen nicht so professionell waren. Ja, muss man einfach sagen. Jetzt bei StepStone, ja, oder bei Stack Overflow waren die sehr, sehr gut, ja, waren sehr gut beschrieben. Aber es ist trotzdem so, dass ihr euch so ein bisschen durchwühlen müsst, ja, müsst, um auch so eine Stelle zu finden, die wirklich dann zu euch passt. Gerade wenn ihr am Anfang steht, die erste, die erste Stelle als Programmierer sucht, da müsst ihr da schon ein bisschen suchen. Aber es gibt wirklich richtig viel da draußen. Und wir haben jetzt so ein paar Kuriose rausgesucht, aber auch einfach gute Stellen. Und ich denke, da ist vielleicht für den einen oder anderen von euch schon mal ein bisschen was dabei. Jetzt hört mein Deutsch auch auf, Junos, jetzt müssen wir aufhören, oder? Alles klar. Also, wenn ihr euch allgemein für Karriere in der IT interessiert, ja, schaut gerne mal auf diesen Kanal vorbei. Hier gibt es jede Menge Videos zum Thema Programmieren lernen und wie du am besten damit anfängst. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Also, macht's gut. Ciao. Ciao.